Kapitel 57 von Auf zwei Planeten Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Biggie Kaul Auf zwei Planeten von Kurt Laswitz Kapitel 57 Das Spiel verloren Die letzte Woche war für L. im höchsten Grad aufregend gewesen. Er arbeitete von früh bis spät in die Nacht und konnte doch die Last verantwortungsvoller Entscheidungen nicht bewältigen, die ihn bedrückte und seine ganze Tatkraft in Anspruch nahm. Er fühlte, wie eine nervöse Anspannung sich seiner Bemächtigte, deren er nicht Herr zu werden vermochte. Selbst zu einem Besuch bei Ismar, nach welchem er sich sehnte, hatte er noch nicht Zeit finden können. Die Übergriffe der Beamten hatten sich wiederholt. Es war nicht immer ein krankhafter Zustand, ausgesprochener Erdkoller, wie bei Oz, der dazu Veranlassung gab, sondern eine schärfere Tonart begann Platz zu greifen, die leicht zu Konflikten führte. Und dies kam daher, dass die auf der Erde angestellten Nume eine starke Partei auf dem Mars hinter sich wussten. Die Antibaten, welche auf ein härteres und entschiedeneres Vorgehen gegen die Menschen als eine untergeordnete und nur durch Gewalt zu zügelnde Rasse drangen, hatten im Parlament wie im Zentralrat an Einfluss gewonnen. Ells Tätigkeit bot ihnen einen willkommenen Angriffspunkt, auf den sie zunächst ihre Kräfte richteten. Die Strenge, mit welcher Ell jedem Übergriff der Instruktoren und Beamten entgegentrat, wurde in der Presse in übertriebener Weise erörtert und als eine Voreingenommenheit für die Menschen hingestellt und getadelt. Die Absetzung von Oz, die sofort nach der vom Wiener Unterkultur vorgenommenen Untersuchung verfügt worden war, wurde besonders aufgebauscht, da Oz eine angesehene und als Techniker um den Staat verdiente Persönlichkeit war. Schon dass sich Saldner durch die Flucht auf die Berge der Strafe entzogen hatte, war als ein Zeichen von Nachlässigkeit gedeutet und Ell zum Vorwurf gemacht worden. Unter diesem Druck, auf den Ell nicht Rücksicht nehmen wollte, hatte der italienische Kultur das Kriegsschiff zur Verfügung gestellt, um Saldner aufzusuchen. Die gegen die Menschen gerichtete Strömung auf dem Mars war ja nichts Neues. Ell hatte stets mit ihr rechnen müssen, und er hatte ihr Anwachsen mit Besorgnis verfolgt. Doch vertraute er fest auf die Macht der Vernunft in den Numen und die Reinheit seiner eigenen Absichten, und in diesem Glauben hatte ihn Isma aus innerstem Herzen bestärkt. Jetzt aber begannen die direkten Angriffe auf ihn offener hervorzutreten, und er hatte zu seinen übrigen Arbeiten seine Verteidigung in der Presse zu führen. Ein lebhafter Wechsel von Lichtdepeschen, die alle über den Nordpol nach dem Mars gingen, fand zwischen Berlin und Klar statt. Aber ganz ohne Einfluss auf Ell war dieser vom Mars, das heißt von einem Teil seiner Bevölkerung, ausgeübte Druck doch nicht geblieben. Er sah sich veranlasst, die ihm zu Gebote stehenden Machtmittel rücksichtsloser zu gebrauchen, und je mehr ihn das Missverständnis und der Tadel seiner Handlungen verdross, umso mehr gewöhnte er sich, auf seine eigenen Entscheidungen und Entschlüsse zu vertrauen und jede anderweitige Beratung abzulehnen. Mit Erschrecken sagte er sich zuweilen im Stillen, dass die Furcht, er werde dahin kommen, sein Kulturamt in autokratischer Weise zu handhaben, nicht unberechtigt sei, und immer wieder nahm er sich vor, unter keinen Umständen sich dazu drängen zu lassen, als Selbstherrscher zu verfahren oder den antibatischen Forderungen nachzugeben. Der einflussreichste Teil der Marzia ging ja, wie bei der Besitznahme, so auch bei der Behandlung der Erde, von rein idealem Gesichtspunkt aus. Die Kultur des Mars, den Geist der Numenheit auf der Erde zu verbreiten, war ihr Ziel. Eine Beherrschung der Menschheit, soweit sie notwendig schien, nur ein vorübergehendes Mittel, eine Art notwendigen Übels. Aber gerade hier verstimmte es vielfach, dass die Menschen im Großen und Ganzen so wenig entgegenkommen und Verständnis für das zeigten, was die Marzia ihnen bringen wollten. Man erkannte wohl Elts Tätigkeit in gewisser Hinsicht an, aber man hielt seinen Weg doch für etwas umständlich. Die Hebung der Bildung konnte natürlich nur allmählich geschehen, und sie war die notwendige Vorbedingung für das Gelingen des zivilisatorischen Werkes, das die Nume an der Erde ausführen wollten. Aber man meinte, dass eine entschiedenere Wegräumung der Hindernisse hinzukommen müsse. Ein solches Hindernis sah man in Deutschland noch immer vor allem in der politischen Übermacht der reaktionären Parteien. Man verlangte einen entschiedenen Bruch mit den oligarchischen Traditionen, die sich von dem Gedanken einer bevorzugten und herrschenden Klasse nicht trennen konnten. Man wünschte hier ein entschiedenes Vorgehen, das aber wieder ohne Anwendung von Gewaltmaßregeln, die Elfer hüten wollte, nicht möglich gewesen wäre. Ein weiterer Grund zur Unzufriedenheit, der sich allerdings gegen die Regierung der Zentralstaaten selbst und gegen Il als den Protektor der Erde wendete, war die bisherige Beschränkung der Kulturtätigkeit auf die westeuropäischen Staaten. Man verlangte die effektive Ausdehnung des Protektorats auf die ganze Erde, vor allem die Einbeziehung Russlands und der Vereinigten Staaten von Nordamerika. Il sah voraus, dass dies zu neuen schweren Kämpfen geführt hätte, er hoffte sie zu vermeiden, wenn man es der Zeit überließ, von selbst den Einfluss zu gewinnen, der bei der kulturellen Überlegenheit der Marzia auf die Dauer nicht ausbleiben konnte. Aber diese weise Zögerung hatte doch zur Folge, ungeduldigere Köpfe der antibatischen Strömung zuzuführen. Ihre hauptsächliche Kraft indessen zog die Partei der Antibaten aus dem Teil der Bevölkerung, in welchem die idealen Kulturziele von eigennützigen Absichten getrübt waren. Zwar hatte man auf dem Maß geglaubt, für immer der Gefahr enthoben zu sein, dass der reine Wille der Vernunft zum Guten in Kampf geraten könne, mit selbstischen Interessen, mit dem Bestreben, wenn auch nicht für den Einzelnen, so doch für den Staat, Vorteile auf Kosten der Gerechtigkeit gegen alles Lebendige zu gewinnen. Aber sobald mit der Erschließung der Erde das Gefühl der Macht und die Möglichkeit sich eingestellt hatte, Wesen, die man nicht für seinesgleichen hielt, auszubeuten, erhoben sich in den weniger hochstehenden Elementen der Bevölkerung, an denen es nicht fehlte, wieder jene niederen Instinkte eines unter dem schönen Namen des Patriotismus sich verbergenden Egoismus. Man erklärte es für eine nationale Pflicht des Marziers, von der Erde alles zu gewinnen, was das wirtschaftliche Interesse des Mars irgend daraus ziehen konnte. Mit einem Worte, was man wollte, war nichts anderes als die Erhöhung der Revenuen des Mars, aber nicht bloß durch den berechtigten Handelsverkehr, sondern durch die direkte Arbeit der Menschen für die Marzier. Zwar hatte man schon bedeutende Energiemengen von der Erde bezogen, durch Anlegung von Strahlungsfeldern in Tibet, in Arabien und in den äquatorialen Gegenden von Afrika, aber diese wurden von martischen Gesellschaften auf ihre Kosten, obwohl mit hohem Gewinn, betrieben. Man wollte jedoch von Staats wegen zur Erhöhung der Privatrente aller Bürger eine Besteuerung der Menschen, um diese zu größerer Arbeit im Sinne der Marzier zu zwingen. Man führte aus, dass die Menschen bei ihrer natürlichen Indolenz nur dann dazu gebracht werden könnten, sich die Technik der Marzier und damit ihre Kultur anzueignen, wenn man sie durch eine hohe Steuer veranlasse, die von der Sonne ihnen zuströmende Energie unter Anleitung der Marzier auch wirklich auszunutzen. Aufgrund dieser populären Erwägung wollte jetzt die Antibatenpartei ihren ersten größeren Schlag führen. Er sollte, wie sich wenigstens die Entschiedenen sagten, nur die Vorbereitung sein, um die den Menschen zugesprochenen Rechte sittlicher Persönlichkeiten überhaupt in Zweifel zu stellen und schließlich aufzuheben. Die Erde sollte zu einer Werkstatt für die Erhaltung des Mars durch eine Riesenrente erniedrigt werden. Diese letzten Gesichtspunkte wurden zwar noch verschleiert, aber die Gegner enthüllten sie in ihrer ganzen Unsinnlichkeit und Torheit, ohne doch die Anhänger einer Besteuerung der Menschen überzeugen zu können, welche schiefe Bahn sie zu beschreiten im Begriff waren. Gestern hatte L. die Nachricht erhalten, dass der Antrag eingebracht worden war und nicht ohne Aussicht auf Annahme, für die westeuropäischen Staaten eine vorläufige Jahressteuer von 5000 Millionen Mark anzusetzen, indem man anführte, dass die Hälfte davon bereits durch die Verminderung der Militärlasten gedeckt sei. Außerdem sollten von nun ab die Menschen die Kosten der martischen Verwaltung selbst tragen, was man in Rücksicht auf die zu zahlenden Schulgelder auf ebenso viel veranschlagen musste. L. sagte sich, dass eine solche Maßregel, wenn sie sich verwirklichen sollte, ihm die Fortführung seines Amtes unmöglich machen würde. Sein ganzes Streben war auf die Versöhnung, auf die freiwillige Anpassung der Menschen an die Kulturwelt des Mars gerichtet. Der Aufruf zur Begründung eines allgemeinen Menschenbundes, der zwar die Befreiung der Erde von der Herrschaft des Mars anstrebte, aber durch ein Mittel, das zu demselben versöhnenden Ziel führen sollte, das er ersehnte, war ihm daher willkommen. Er tat nichts, um diesen Ideen und ihrer Ausbreitung entgegenzutreten. Bei der Antibatenpartei auf dem Mars wurden jedoch die Tendenzen des Menschenbundes unter ganz anderem Gesichtspunkt betrachtet. Hier wollte man ja nicht das Kulturheil der Erde, sondern ihre Ausnutzung, und man sah daher in dem Bund eine große Gefahr, ein revolutionäres Unternehmen. Die neue Steuerlast, die man den Menschen zudachte, sollte sie belehren, dass sie auf keine freiwillige Aufgabe der Marsherrschaft zu rechnen hätten. Siegten die Antibaten mit ihrem Vorhaben, so musste dies auf der Erde erneute Erbitterung hervorrufen und die Menschen über die Absichten der Nume enttäuschen. Es würde also der von L. angestrebten Versöhnung entgegengewirkt werden, und seine eigene Arbeit wäre nicht nur in Frage gestellt, sondern es wäre damit auch sein vom Zentralrat gebilligter Plan gewissermaßen zurückgewiesen worden. L. musste sich die Frage vorlegen, ob er dann seine Tätigkeit noch für nutzbringend halten dürfte. Heute nun brachten ihm die neuen Zeitungen vom Mars ihn persönlich kränkende Nachricht. Man hatte ihm in einer Parlamentsrede seine Abstammung von den Menschen mütterlicherseits zum Vorwurf gemacht und die Regierung getadelt, dass sie einen Mann in eine so verantwortliche Stellung eingesetzt habe, dem man als Halbnomen kein Vertrauen entgegenbringen könne. L. ging entrüstet in seinem Zimmer auf und ab. Sollte er nicht diesen Leuten sein Amt vor die Füße werfen? Aber das hieße die Sache aufgeben, der er sein Leben gewidmet hatte. Durfte er nicht hoffen, wenn er selbst festhielt, doch seine Ansicht zum Sieg zu führen und Gutes auf der Erde zu wirken? Ja, wenn er sich nur selbst sicherer gefühlt hätte. Wenn nicht in jenem Vorwurf ein Kern von Wahrheit gelegen hätte. War nicht seine Heimat auf zwei Planeten? Und hatte er die Kraft gehabt, im entscheidenden Moment allein der Stimme der Numenheit zu folgen, die ihn hieß, nichts anderes im Auge zu haben, als die große Aufgabe, das Verständnis der Planeten anzubahnen? Hatte er nicht als ein schwacher Mensch geschwankt in seiner Pflicht, ganz sich selbst zu vergessen, um des ganzen Willen? Hatte er nicht seiner Neigung Gehör gegeben und der Freundin zuliebe die Erde verlassen, wo er hätte wirken sollen? Gewiss, es war nicht seine Absicht gewesen, sich dieser Pflicht zu entziehen. Äußere Umstände hatten ihn verhindert, rechtzeitig zu ihr zurückzukehren. Aber eben diesen Umständen durfte er keinen Spielraum des Zufalls gestatten. Er hätte sich der Gefahr nicht aussetzen dürfen, die Pflicht zu versäumen. Das war seine Schuld. Er hatte eine Schuld auf sich geladen. Durfte er dann noch sich als den Mann betrachten, der hoch genug stand, um die Kultur zweier Planeten zu vermitteln? Durfte er sich die Kraft zutrauen, gegenüber den Angriffen von beiden Seiten die Verantwortung zu tragen und die Machtfülle nicht durch menschliche Leidenschaften zu entstellen? In solchen Gedanken wandelte sich seine Entrüstung in ernste Selbstprüfung, und immer wieder erwog er die Frage, ob er der Sache, die er durchzufechten, entschlossen war, auch wohl an diesem Platz noch die rechten Dienste zu erweisen vermöge. Da wurde ihm der Unterkultur von Wien gemeldet. Als das Luftschiff Lars, von dem Kriegsschiff verfolgt, den Blicken der Martier entschwunden war, hatte sich der Beamte sofort auf den Weg nach Berlin gemacht. Drei Stunden später war er dort angelangt. Er wurde sogleich vorgelassen. Empört beklagte er sich über die Behandlung, die sich Saldner gegen ihn herausgenommen, und verlangte die volle Strenge des Gesetzes gegen den Frevler, an dessen Ergreifung er nicht zweifelte. L. glaubte, seinen Ohren nicht trauen zu dürfen, so überraschte ihn das, was er hören musste. »La?« fragte er. »Sind Sie auch sicher? La, die Tochter von Fruh, des technischen Direktors im Ministerium für Raumschifffahrt? Sie hat Saldner in aller Form für ihren Gemahl nach dem Rechte des Nu erklärt und ihn in ihrem Luftschiff entführt?« »Es ist kein Zweifel, die Papiere waren in Ordnung, der Beweis, wie ich Ihnen sagte, und dieser Bad wagte es, mich anzufassen, mich mit Gewalt ins Schiff hinabzuziehen, mich auszusetzen und mir höhnische Worte nachzurufen. Aber Sie werden—ich werde dem Gesetz gemäß verfahren. Ich bedauere tief dieses Ereignis. Entschuldigen Sie mich jetzt, aber halten Sie sich bitte in der Nähe, dass ich Sie eventuell noch einmal sprechen kann, ehe Sie nach Wien zurückkehren. Ich danke Ihnen für Ihren Bericht. Sie haben Ihrerseits korrekt gehandelt. Sie konnten nicht wissen, dass das Luftschiff Freunde und Helfer Saldners barg. Sorgen Sie dafür, dass eine etwaige Nachricht von dem verfolgenden Schiff mir sogleich mitgeteilt wird.« Der Beamte hatte noch nicht die Tür erreicht, als das Signal am Depeschen-Tisch erklang und zwei Telegramme, die mit Eilig bezeichnet waren, sich auf die Platte desselben schoben. L. riß das erste auf und rief sogleich den Unterkultor zurück. »Aus Lyon, vom Kommandanten des Kriegsschiffs«, sagte er, »die Luftjacht La, mit unerreichbarer Geschwindigkeit fliegend, ist in einer unübersehbaren Wolkendecke verschwunden und konnte nicht mehr aufgefunden werden.« Der Beamte stand starr. »Ihrer Rückkehr nach Wien steht nun vorläufig nichts entgegen«, sagte L. »Das weitere werde ich veranlassen. Leben Sie wohl.« Sobald L. allein war, ließ er sich auf seinen Stuhl sinken und stützte die Hände in den Kopf. Das hatte La getan, er konnte es nicht begreifen, um Saldners Willen. Er sah sie vor sich, wie sie damals, als er auf dem Nu mit ihm stritt, Saldners mannhaftes Eintreten für das Vaterland mit einem Kuss belohnte und eine Regung von Neid stieg in ihm auf, die er gewaltsam zurückdrängte. Der Vorgang hatte für ihn eine ganz andere Bedeutung. Das war offene Auflehnung gegen die Herrschaft der Nume auf der Erde. Was Saldner getan hatte, freilich, das sah ihm ganz ähnlich, das mochte er selbst verantworten. Ja, er konnte es ihm nicht einmal verdenken, und er hätte es ihm herzlich gegönnt, dass ihm die Flucht glücke. Gegen ihn einschreiten zu müssen, war ihm ein peinlicher Gedanke. Ja, wenn es Saldner aus eigener Kraft gelungen wäre, sich der Verfolgung zu entziehen, aber dass es durch Lars Hilfe geschehen musste, dass sie sich dazu hergab, den Schuldigen der Macht des Gesetzes zu entreißen, wie konnte sie das vor sich selbst verantworten? Mag sein, dass sie sich keines ungesetzlichen Mittels bedient hatte, mag sein, dass sie glaubte, in gutem Recht bei ihrer Selbsthilfe zu handeln, aber die Beihilfe zur Flucht war doch ein Faktum, das blieb. Und diesen Mann band sie in aller Form an sich. La, die Tochter Frus, was musste das wieder auf dem Mars für Aufsehen erregen? Daraus würden die Gegner Kapital schlagen. Schließlich würde man natürlich El verantwortlich machen, dass der Geist der Widersetzlichkeit nicht nur bei den Menschen geduldet werde, sondern sich durch die Berührung mit ihnen sogar auf die Nume fortpflanze. Und was würde La tun? Wohin wollte sie sich flüchten, wenn sie nach dem Mars ging oder nach fremden Teilen der Erde, welch schwierige Auseinandersetzungen, Verhandlungen, neue Angriffspunkte ergaben sich da? Gab es denn heute keine Ruhe für ihn? Er musste sie suchen. Wo? Zu Isma. Er wollte zu Isma. Er erhob sich. Da fiel sein Blick auf das zweite Telegramm. Mochte es liegen bleiben. Doch nein, das ging nicht. Vielleicht war es doch wichtig. Er brach es auf. Oh, wie lang! Kalkutta. Der Kommissar der Maßstaten hat die Ehre zu melden, dass es geglückt ist, unzweifelhafte Spuren des gesuchten Hugo Thorm aufzufinden und dass die Beweise vorliegen. Thorm war der Fremde, der wiederholt in den Verhandlungen mit Tibet erwähnt wurde und sich längere Zeit in Lhasa aufgehalten hat. Es sind Leute ermittelt worden, die mit ihm die Reise nach Kalkutta gemacht haben und sich im Besitz von Gegenständen befinden, die sie von Thorm erhielten. Hier konnte festgestellt werden, dass Thorm am 18. oder 19. August das Postluftschiff nach London benutzt hat. Sein gegenwärtiger Aufenthalt konnte hier nicht ermittelt werden. L sank auf seinen Platz zurück. Thorm lebte. Daran war nun kein Zweifel mehr möglich. L fühlte, wie sich ihm das Blut in den Kopf drängte, wie seine Gedanken sich verwirrten. Und jetzt brauchte er Klarheit, volle nüchterne Klarheit. Warum freute er sich denn nicht? Er musste sich doch freuen, dass der bewährte Freund, der verdiente Forscher, der Mensch überhaupt gerettet war, und vor allem, dass... Ja, er wollte ja zu Isma. Er wollte bei ihr Ruhe suchen und Trost. Jetzt konnte er sie ihr bringen. Jetzt konnte er ihre Hände fassen und ihr sagen, Freue dich, Isma, er lebt. Und er sah, wie sie die Augen aufschlug und ihn ungläubig ansah, und er wieder sagte, er lebt. Und wie die blauen Augen sich mit Tränen füllten und sie aufschrie, er lebt. Und wie sie an seine Brust sank und den Kopf an seine Schulter lehnte und schluchzte. Oh, mein Freund, mein Freund, ich bin so glücklich. Und es war ihm, als müsste er sie von sich stoßen, und doch war es solche Seligkeit, sie an sich zu pressen und die Lippen auf ihr Haar zu drücken und zu sehen, wie dies geliebte Wesen sich nicht zu fassen, wusste im unerhofften Glück. Warum freute er sich denn nicht? Warum zögerte er auch nur einen Augenblick? Also vorwärts! Er stand wohl auf, er schritt auf und ab, er blieb vor dem Telefon stehen, aber er konnte sich nicht entschließen, nach dem Wagen zu rufen. Nein, er konnte sich nicht freuen, er wollte nicht. Das Glück war ihm so nahe, die erträumte Zukunft so schön. Und es sollte nicht sein? Aber was war denn geschehen? Würde es nicht so sein, wie es immer gewesen war? Würde sie ihn weniger lieb haben? Würde er sie nicht sehen, so oft er wollte? Hatte er sie je anders begehrt? Wusste er nicht seit Jahren, dass sie ihm nie anders gehören würde, und war er nicht glücklich gewesen, trotz alledem, mit der treuen Freundin? Doch, es war anders. Es war eben nicht mehr so wie früher. Er wusste es. Sie selbst hatte sich freigefühlt, sie hatte sich mit dem Gedanken vertraut gemacht, dass sie den Gatten nie wiedersehen würde. Sie hatte den Schmerz durchlebt und langsam sich gewöhnt, an den Verschollenen zu denken als an einen Verlorenen. Und wenn sie je die Zukunft erwog, so sah sie einen anderen neben sich. Und er, L., er glaubte nur zu sicher zu wissen, dass diese Zukunft ihm gehörte. Zu fest hatte sich die Hoffnung in ihm gegründet, dass er sie nun bald sein nennen würde, in einem anderen Sinne, ganz sein. Er mochte das namenlose Glück nicht ausdenken, nur das wusste er, wie viel leichter er dann die Schwere seines Ringens und Kämpfens ertragen würde. Ja, es war anders geworden. Er sah schon lange nicht mehr in ihr die Freundin, der er geschworen hatte, zu dienen ohne Verlangen. In verzehrenden Flammen loderte in ihm die Leidenschaft, sie zu besitzen. Sie wieder zurückkehrend zu sehen in die Arme eines anderen, nein, es war nicht mehr möglich. Es konnte nicht mehr so sein, nimmermehr konnte er neben ihr hergehen in ehrlicher Entsagung. Wenn er jetzt die Geliebte verlor, so verlor er auch die Freundin, so hatte er sie ganz und auf immer verloren. Dann musste er fort, er durfte sie nicht mehr sehen, sie war ihm verloren, verloren. Und das sollte er ertragen? Und das sollte er dulden? Und dabei wissen, dass sie ihn liebte? Wo war denn der Mann? Er war ja nicht da. Zurückgekehrt, ein totgeglaubter, und der erste Schritt war nicht zu seiner Frau? Warum kam er nicht und nahm sein Recht in Besitz? Warum verbarg er sich? Kam er vielleicht doch niemals wieder? Und wäre dieser Kampf mit sich selbst und der Sturm, den die Nachricht in Ismas Herzen erregte, wären sie unnütz, zwecklos? Doch nein, die Nachricht war zu sicher. Aus einem Postluftschiff der Marzia steigt man an einer Station aus, aber man verunglückt nicht. Und wenn man in einem der zivilisierten Staaten ausgestiegen ist, so verschwindet man nicht spurlos, wenn man nicht will. Wenn man nicht gute Gründe dazu hat, warum also verbirgt sich Thorben? Nur in seinem Gewissen muss der Grund liegen. Er muss etwas getan haben, das ihn zur Flucht vor der Welt veranlasst. Aber warum auch vor Isma? Also auch vor ihr muss er sich scheuen? Er will vielleicht gar nicht zu ihr. Offenbar, er will nicht. Und vor diesem Mann, der vielleicht Ismas nicht mehr würdig ist, der sich vor ihr verbirgt? Sollte er, El, das Feld räumen? Wenn Thorben sich gegen die Nume vergangen hatte, so war es Els Pflicht, dies zu sühnen. Welche Rücksicht sollte er nehmen, wenn Thorben selbst seine Rechte aufgab oder das Recht der Nume sie ihm absprach? Und deshalb sollte El den grausamen Verzicht auf sich nehmen, der ihm das Liebste, das Teuerste entriss, der ihm die Wurzel im innersten Gemüt zerstörte, aus dem seine Energie, sein Mut, sein Vertrauen, die ganze große Aufgabe seines Lebens die besten Kräfte zog? El ballte die Faust. Hab ich mein Sein hingegeben für die Sache, so will ich auch mein Glück mir erobern. Wo ist er, dem ich sie geben soll, die ich mir verdient habe, die mir gehört? Wo ist er? Verschwunden, nun gut, er bleibe verschwunden. Er sank in seinen Stuhl zurück und verfiel in dumpfes Brüten. Tiefe Stille herrschte in dem weiten Raum, nur von Zeit zu Zeit entrang sich seiner Brust ein Seufzer, ohne dass er darum wusste. Und er wusste nicht, dass die Zeit verging, dass das Dunkel des Abends sich über die Stadt gelegt hatte. Und wenn Torm doch kam? Ja, verhindern konnte er es wohl, aber mit diesem Wissen vor Isma treten? Das konnte er nicht. Und sie sein nennen um den Preis einer Schuld? Das konnte er nicht. Das war ja unmöglich. Und wer weiß, er hatte Isma mehrere Tage nicht gesehen. Wenn, wenn Torm schon gekommen wäre, er fuhr in die Höhe, von einem plötzlichen Schrecken aufgejagt, wenn sie bei ihm wäre und ihm nichts davon gesagt hätte, wenn... Jetzt bemerkte er, dass es dunkel war. Ein Handgriff schaltete das Licht ein. Dann stand er vor dem Telefon. Wie es auch werden mochte. Verbergen durfte er ihr nichts. Er fragte an, ob Isma zu Hause wäre. Sie war da. Sie freue sich sehr, ihn bald zu sehen. Wenige Minuten später saß Ellen in seinem Wagen. Er ließ so schnell fahren, als es der Straßenverkehr ermöglichte, aber der Weg war weit. Er saß jetzt ein, er durfte ihr die Nachricht nicht vorenthalten. Wenn Torm nicht zu ihr zurückkehrte, so musste sie trotzdem wissen, dass er hätte zurückkehren können. Aber wie würde dies auf sie wirken? Nun sorgte er sich wieder um die Freundin, doch er hatte sich einmal angemeldet. Er wollte sie sprechen, er konnte ja vorsichtig sein, die neue Hoffnung für sie nur andeuten. Der Wagen hielt, diesmal direkt vor der Tür. Elle eilte die Treppen hinauf, die Wirtin öffnete. Elle wollte mit flüchtigem Gruß an ihr vorüber. Der Herr Kultor werden verzeihen, sagte sie verlegen. Frau Torm sind nicht zu Hause. Elle prallte zurück. Nicht zu Hause? Aber ich habe ja vor einer halben Stunde mich angemeldet. Ja, Frau Torm haben es mir auch gesagt. Wir waren gerade bei Tisch, aber dann, dann, was war dann? fragte Elle ungeduldig und hart. Der Herr Kultor mögen verzeihen. Ich weiß es ja nicht. Es kamen die beiden Damen wieder. Welche Damen? Nun, die Damen vom Mars, die gestern schon hier waren und die Partie gemacht haben mit Frau Torm. Welche Damen? Welche Partie? Sagen Sie alles? Um Gottes Willen, ich weiß ja nichts weiter. Sie waren drin im Zimmer nur kurze Zeit. Und auf einmal kam Frau Torm herausgestürzt, im Mantel und Hut ganz eilig, und rief nur, ich muss fort. Und die beiden Damen gingen mit ihr. Ich weiß ja nicht, wohin. Und ich wollte noch fragen, was ich denn nun sagen sollte, wenn der Herr Kultor kämen. Aber weil die beiden fremden Damen vom Mars dabei waren, getraute ich mich nicht. Und ich bin noch die Treppe hinuntergelaufen und habe gesehen, es stand ein Wagen vor der Tür. In dem fuhren sie alle drei fort. Wie lange ist das her? Noch keine zehn Minuten. Führen Sie mich ins Zimmer. Ich werde warten. Ach, entschuldigen Sie nur, Herr Kultor, das habe ich noch ganz vergessen. Frau Torm hat mir zugerufen, sie käme die Nacht nicht zurück. So will ich doch nachsehen, ob sie nicht eine Nachricht für mich hinterlassen hat. L. sah sich vergeblich im Zimmer um. Kein Zeichen für ihn. Ismar hatte offenbar ganz vergessen, dass sie ihn erwartete. Er ging. Er wusste nicht, was er denken sollte. Mit Torm musste dieser plötzliche Aufbruch zusammenhängen. Das war das Einzige, was er sich sagte. Aber weiter kam er nicht. Und so konnte sie ihn verlassen, ohne auch nur mit einem Wort seiner zu gedenken. Und die Damen vom Nu? Völlig niedergeschlagen kam er zu Hause an. Neue Depeschen waren eingetroffen. Er las sie durch. Von Ismar war nichts darunter. Er fühlte sich nicht imstande zu arbeiten. Ein Gedanke drängte sich ihm immer wieder vor. Verloren, verloren. Das hatte er um sie verdient? Es war zehn Uhr geworden. Da klang es noch einmal am Depeschen-Tisch. Die tiefe Glocke. Das war etwas Besonderes. Eine Lichtdepesche vom Mars. Er öffnete das Stenogramm und sah nach der Unterschrift. Für den Zentralrat, der Präsident der Marsstaaten. Ich habe die Ehre, Ihnen mitzuteilen, dass der Zentralrat Ihnen seine ernste Missbilligung aussprechen muss über die Nachsicht, mit welcher im deutschen Sprachgebiet die Übergriffe der Menschen gegen unsere Beamten behandelt werden. Der Zentralrat erwartet von Ihnen sofortige entschiedene Maßregeln, wodurch den Menschen begreiflich gemacht wird, dass sie der Herrschaft der Nume sich unter allen Umständen ohne Widersetzlichkeit zu beugen haben. Zugleich mögen Sie Vorbereitungen treffen, dass die nach dem nächstens zu veröffentlichenden Gesetz auf das deutsche Sprachgebiet fallende Kontribution von einer Milliarde Mark rechtzeitig erhoben werden kann. L. schleuderte das Blatt auf den Tisch. Das bedeutet den Sieg der Antibaten, rief er aus. Ende von Kapitel 57 Das Spiel verloren Gelesen von Biggie Kaul www.bixart.de Gelesen von Biggie Kaul Gelesen von Biggie Kaul Untertitelung des ZDF, 2020